Bei meinem ersten Videoclip hier aus dem Hotel Vox Maris Ressort in Ziedel habe ich euch durch unser Hotelzimmer geführt. Jetzt, das wird wahrscheinlich der letzte Clip sein, führe ich euch einmal durch das Hotel durch, weil einige von euch in den Communities haben ja auch gefragt, wie sieht es eigentlich aus und wie sind die Wege und was findet sich eigentlich wo. Die Leute wollen gerne wissen, was sich im Hotel befindet, was gut ist, was nicht so gut ist, worauf man sich einstellen kann. Und genau auf diese Tour nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. Ich mache die Gardine vom Zimmer zu und raus geht's auf den Flur und wir drehen eine kleine Runde durch das Hotel. Ja, wir sind am äußersten Rand des Hotels angekommen, haben ein Zimmer bekommen, das sehr schön ruhig war, denn ihr seht, wenn man hier rausgeht, es ist der Seitenflügel. Der Seitenflügel kennzeichnet sich dadurch, dass im unteren Bereich des Bodens es nicht bis ins Erdgeschoss durchgeht, wie gleich im Hauptflügel, wo die Lobby ist, sondern hier ist ein Zwischenboden eingezogen worden. Da stehen ein paar Grünpflanzen drin. Ich habe es nicht getestet, ob sie echt sind oder ob es Kunstpflanzen sind. Der Rasen sieht mir auf jeden Fall nach einem Kunstrasen aus, der, naja, sicherlich zwischen dem mal abgestaubt werden muss, aber sonst nicht sonderlich pflegebedürftig ist. Ja, gute 300 Zimmer befinden sich hier im Hotel und sorgen dafür, dass 600 wahrscheinlich mit Kindern auch mal 800 Gäste unterkommen können, denn die Zimmer haben unterschiedliche Schnitte. Es gibt auch Familienzimmer. Es gibt drei Aufzüge, die direkt nebeneinander im Hauptflur stehen. Der Hauptflur, ihr seht's, wenn wir hier runterschauen, da hängen Leuchtkörper unter der Decke, sehen so ein bisschen aus wie Blumen. Der Hauptflur hat, wie gesagt, diese drei Aufzüge. Wir haben nie lange auf einen warten müssen, was aber auch daran liegt, dass wir eigentlich nie runterfahren sind, sondern eigentlich gelaufen sind. Man sieht's, jetzt gehe ich hier rein und es gibt Bewegungsmelder, die dazu sorgen, dafür führen, dass das Licht angeht, wenn man da durchgeht. Runter, finde ich, ist Laufen sowieso eigentlich bequemer. Man kriegt nicht nur keine Wartezeiten, man kriegt auch ein bisschen Bewegung. Und diese Bewegung ist angesichts des leckeren Essens, das einem hier rund um die Uhr weiß, angeboten wird, ja auch nicht ganz falsch. Ja, wir waren im dritten Stockwerk. Das heißt also, du läufst ein bisschen was runter, bis du unten in Richtung Lobby kommst. Aber gar kein Problem. Da schauen wir auch, denn ich habe mir überlegt, den Rundgang bis Hotel, den starten wir eigentlich bei dort, wo die Leute ankommen. Und zwar im Vorfahrtsbereich, der auf der Null-Ebene liegt. Oder, ne, es ist nun auch sogar was anderes. Hier steht, ist ganz klar zu lesen, Floor 1. Das heißt, der Eingang ist schon erstes Rohrgeschoss. Und wir gehen gleich auch einmal raus auf die Terrasse. Da sehen wir warum, denn wir können gleich dann direkt runterblicken auf den Flur. Ja, hier ist eine große Drehtür, automatisch. Braucht also keine Angst an, dass man Kraft aufwenden muss, die Scheiben irgendwo mit vollgefunden werden. Ja, nee, das funktioniert. Ja, draußen vorm Hotel, die Vorfahrt, wo die Busse normalerweise anreisen, bietet eigentlich nichts Besonderes, außer dass es hier einmal gewaltig hoch geht. Diejenigen, die mit dem Bus zum Strand fahren, ich habe euch davon ja mal berichtet, die sehen, dass der Bus jetzt hier vorne gleich vor mir rechts raus ist. Der Bus steht immer etwas unterhalb des Hotels. Das hat einmal die Bewandtes, wenn gerade Gäste an- oder abreisen, dann steht der Beach-Shuttle nicht hinter ihm, sondern kann über Zeit wieder schnell wegfahren. Muss ich also nicht anreinen, sorgt nicht dafür, dass die Leute etwas warten müssen. Und es gibt auch noch ein ganz praktisches Feature an dieser Stelle. Sie haben hier am Ein- und Ausstieg des Shuttle-Services Wasser, schaue ich hierhin gepackt, ein Wasserkran daran. Das heißt, hier unten kann ich mir die Füße abwaschen, bevor ich damit in die Hotelanlage reingehe. Darum wird auch explizit auf einem Schild gebeten, denn die Leute sollen natürlich nicht den ganzen Sand, den Dreck vom Strand mit hineinbringen. Ja, das Hotel baut ganz hoch auf. Ich finde, abends ist es schön, wenn es beleuchtet ist, wenn zwischen den einzelnen Balkonelementen auch mal die Leuchtstrahler angehen. Hier vorne ist es auch gerade ein bisschen laut. Da ist ein Teil der Wärmepumpen. Ein anderer Teil ist auf der gegenüberliegenden Seite des Hotelgebäudes, wo momentan eine Parkplatzfläche daneben ist. Keine Ahnung, was das in Zukunft wird, ob da vielleicht noch ein weiteres Hotel entsteht. Vielleicht können dort ja auch Shopping- oder Restaurationsmöglichkeiten geschaffen werden. Da hat die Fantasie ja keine Grenzen. Und Fantasie ist gewiss etwas, was hier in der Türkei bei Leuten groß geschrieben wird. Denn wenn Infobildgeschäfte gemacht werden können, so versucht man es. Ja, und wenn man reinkommt, direkt auf der linken Seite in der Lobby, ist ein Bereich, wo derzeit in den Abendstunden permanent der Fernseher läuft. Der Fernseher aus dem Grunde, weil dort werden Fußballspiele übertragen, die bei den Zuschauern auch für großes Interesse stoßen. Ich finde es ein sehr gemütliches Ambiente, wenn man hier reinkommt. Der Fernseher, jetzt läuft es ja natürlich nicht, weil nichts läuft. Es ist aber auch so ein kleiner Versammlung. Hier weiter im Raum kann man schauen, die Gentle Bar. Dort gibt es ab morgens 10 Uhr Getränke. Es gibt leckere Cocktails. Da ist ein wirklich guter Barmixer. Glaubt es mir einfach mal. Wir haben ja einiges in den vergangenen Tagen ausprobiert. Und auf der anderen Seite Mr. Baker. Dort ist eine Patisserie. Und es gibt dort nicht nur leckere Küchlein. Man kann auch Sandwiches mitnehmen, beispielsweise für den Rückflug, wenn es zu Zeiten, wo man kein Abendessen kriegt, noch runtergeht. Und der Eiskaffee oder auch der Kakao mit Eis, der hier gemacht wird, ist wirklich fantastisch. Kleiner Snack zwischendurch immer wieder nett. Und ja, die Ebene A1, habe ich gerade schon gesagt, wird dadurch deutlich, dass, wenn man herausgeht aus der Schiebetür, die öffnet, kommt nicht nur ein schönes Lüft in eine Gegend. Plötzlich wird es warm. Nein, man hat auch den Blick über eine ganz leckere Poolterrasse, die im oberen Bereich des Pools angesiedelt ist. Unter uns ist die Gastronomie. Das Schiebedach ist hier gerade noch zu. Und das ist der erste Eindruck, den du bekommst, wenn du hier reinschaust. Du guckst auf den Pool, guckst auf die Poolbar, siehst die obere Poolterrasse im hinteren Bereich, die Rutschenanlagen. Die Dächer hier unten von der Terrasse können noch eingefahren werden. Und zwar findet das abends immer statt, wenn die Sonne untergegangen ist. Das heißt, wenn der Sonnenschutz nicht mehr benötigt wird, wird es zurückgefahren, die Staubwärme geht raus. Das ist angenehm, dort zu sitzen. Es könnte auch, wenn es noch erforderlich ist, die Beleuchtung darunter funktionieren. Und dann, das ist ähnlich wie hier. Hier seht ihr auch oben unter der Decke, da sind verschiedene LEDs in den Faltelementen drin, die, wenn das Dach zusammengefeiert ist, natürlich nicht zur Verfügung stehen. Ein bekanntes und besonderes Feature des Hotels ist es auch, dass Swim-In-Zimmer angeboten werden. Das heißt, wer hier unterkommt, dem Erdgeschoss, hat jeweils einen eigenen Einstieg in den Pool hinein, 1,40 Meter Schwimbecken. Man kann seine Bahnen ziehen, ohne dass man mit anderen, mit den einfachen Gästen zusammenkommt. Also, wir hätten es nicht gebraucht. Das wird vielleicht dann noch interessanter, wenn im unteren Bereich die Pflanzen etwas höher werden und dadurch mehr Privatsphäre schaffen. Vormittags scheint die Sonne darauf, nachmittags, ja, da ist die Sonne weg. Da muss man dann halt, wenn man noch ein wenig Sonne haben will, an den Pool gehen, muss auf die andere Seite wechseln. Oder, was natürlich auch immer hochattraktiv ist, an den Strand ziehen. Ja, gut. Zurück geht es also wieder in die Lobby rein. Eigentlich verlockend, sich da vorne im Bereich mit Gentlebar noch mal mit einem kleinen Getränk anzusetzen. Aber genießen wir einmal die Atmosphäre hier. Das Gebäude baut sehr hoch. Es ist wohl klimatisiert. Du kommst von draußen immer rein und sagst, ist das angenehm. Ich finde auch, das ganze Ambiente ist sehr gediegen und ansprechend. Es hat eine Modernität, aber es ist nicht kalt oder irgendwas. Aber es ist gemütlich. Das ist auch durch die Farben abgesägt. Direkt im Eingangsbereich, hallo, da kommt die Gästebetreuung uns entgegen. Direkt im Eingangsbereich findet ihr auch den Luggage Room. Das ist der Raum, wo ihr eure Koffer abstellen könnt, bevor ihr abreist. Und direkt gegenüber, how may I help you, sitzt die Gästrelation und hilft bei offenen Fragen, wenn du Anregungen hast, wenn irgendwas zu tun ist. Ja, weiter geht es jetzt mal für uns runter vom Floor 1. Der Bewegungsmelder müsste uns sofort wieder erfassen und das Licht einschalten. Warum bleibt dort? Hier ist er. Genau. Wir kommen auf die Ebene 0. Das ist die Pool-Ebene. Und hier auf der Ebene stellen wir gerade auf den Friseur und auf den Optiker zu. Aber das interessiert uns jetzt noch nicht. Wir gehen nochmal eine Ebene weiter runter. Auch hier geht das Licht direkt an. Denn wir gehen einmal in Richtung Spanreich. Spanreich ist hier eine Geschichte, die zwar mit vielen freiwilligen Zusatzleistungen verbunden ist, aber in der auch einiges inklusiv ist, was man mitbuchen kann. Hier unten kann man sich umziehen, wenn es nach Hause geht. Hallo. Guten Heimflug. Kommt gut heim. Tschüss. Es gibt hier den Ärztebereich. Das ist immer eine Fachkraft, die man ansprechen kann. Und wenn man hier weiter runter geht, Tagungsräume. Denn das Hotel kann auch professionell genutzt werden. Ganz ehrlich, die Voxi-Disco, da waren wir noch nicht drin. Wenn es nachts noch um 2 Uhr über 30 Grad sind, dann hast du einfach keine Lust, in einen Keller reinzugehen und dort weiter zu feiern. Draußen am Pool wird die Musik natürlich leise, dass die Gäste, die die Zimmer in diesem Raum haben, still genießen können, schweigen können, klafen können. Aber es ist ganz nett. Hier unten, wie gesagt, hier sind die Tagungsräume. Und die werden auch regelmäßig genutzt. Jetzt erleben wir einmal einen kleinen Blick hinein. Da werden Mitarbeiter wahrscheinlich gerade geschult. Im weiteren Bereich hinten sind noch Toiletten. Wir gehen aber einfach mal hier am Buffet, das für die Mitarbeiter bereitgestellt worden ist. Kaffeemaschine dabei. Auf der linken Seite hier noch die Meeting Hall. Ein größerer Tagungsraum. Ich glaube, bis zu 300 Personen oder so, habe ich irgendwo gelesen, können dort bei Bedarf Platz finden für irgendwelche Events. Man kann also Hochzeiten oder so feiern. Auf jeden Fall, es geht rein in den Spa-Bereich. Der Spa-Bereich ist schön, ist gediegen, ist ein wunderbares Ambiente, ein nettes Team, was man hier vorfindet. Man kriegt Handtücher, die werden hier abgegeben. Auf der anderen Seite ist der Hand und Kopf. Und wir haben hier unten ganz viele Möglichkeiten, auch wenn es um Sport geht. Hier kann man sich nochmal stärken und natürlich auch verwöhnen lassen. Der Fitnessraum ist gut ausgestattet, so wie ich es gesehen habe. Also schön klimatisiert. Die Musik soll ein bisschen unterhalten. Guck, da ist einer, der eigentlich jetzt mal dringend wieder trainieren müsste. Ja, was soll ich sagen? Die Geräte hier werden nicht sonderlich genutzt. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns in der Minus-Eins-Ebene befinden. Im Keller kaum Tageslicht. Da oben auch, da sieht man auch noch, hier ist bis gerade gebaut worden, die letzten Zementreste oder was auch immer. Das sind noch nicht abgeputzt von den Scheiben. Aber schaut euch die Geräte an. Das sieht eigentlich alles ganz gediegen und robust aus. Die kann man eigentlich trainieren. Denn der Nachbarraum ist für einige interessant, die in den Übergangsjahreszeiten kommen oder auch vielleicht im Winter zu Besuch sind. Denn da ist das Hallenbad. Und das Hallenbad ist natürlich im Winter attraktiver als jetzt im Sommer. Aber auch jetzt wird es genutzt. Denn hier unten ist es nicht nur angenehm temperiert. Das Wasser hat auch nicht so eine hohe Temperatur, wie wir es draußen im Pool kennen. Es ist also quasi die Abkühlung. Man hat gesagt, was ist schon kühlen, wenn man mit den Füßen reinkommt. Also, ja, muss man wollen, muss man wollen. Oben hatte der Pool, ich habe es heute Morgen mal geschaut. 30 Grad, am Mittag wird es ein bisschen wärmer. Das ist alles schon ganz schön. Ja, hier unten, wenn man jetzt weitergeht im Spa-Bereich, da gibt es gleich noch zwei Räumlichkeiten. Hallo, na, wir kamen hier vorne Umkleideräume, WCs. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier abreisen will, kann ich meine Sachen hier tagsüber deponieren und abends vor der Rückreise dann nochmal zurückkommen. Hier vorne ist der eigentliche Spa-Bereich. Es gibt einen Salzraum, eine Salzgrotte, die genutzt werden kann. Das ist eigentlich was ganz Attraktives. Und es gibt eine Sauna, die auf verschiedene Temperaturen eingestellt wird. 70 Grad sind es momentan. Ein Dampfraum noch dazu. Dazu geht es weiter an den Hammam. Hier sind dann noch die Ruheräume. Eigentlich ein gemütliches Ambiente, das hier unten im Erdgeschoss gezaubert worden ist und das den Gästen dazu führt, dass sie sich hier verwöhnen lassen können. Aber hallo. Ja, hier geht es dann noch weiter. Hier sind die Bereiche dann, wo die Massagen angeboten werden. Die sind natürlich kostenpflichtig. Das kann nicht alles hier all inclusive sein. Damit würde das Wirtschaftsmodell des Metells nicht ausgehen. Aber es zeigt auch, es wird an vieles gedacht, was die Leute haben wollen. Und es wird auch gerne wahrgenommen. Urlaubsbekannte von uns haben die Massagen gerne genutzt, waren da sehr gut mit zufrieden, konnten sie nur empfehlen. Wir selber haben uns noch nicht hier verwöhnen lassen, haben gesagt, okay, die eine Woche, die wir da sind, die wollen wir nicht auch noch auf der Massagebank verbringen. Aber wie gesagt, die Erfahrung von denen, die Massagen gebucht haben, sie waren durchweg positiv. Die haben gesagt, das war so toll. Die sind sogar noch ein zweites Mal zur Massage gegangen und haben es richtig genossen, wie sie nach eigener Erklärung abgegeben haben. Ja, raus geht es wieder aus dem Massagebereich. Jetzt überlege ich gerade, wenn wir hier unten jetzt sind, wir könnten theoretisch mit dem Aufzug hochfahren, aber eigentlich waren wir da draußen in den Poolbereich hinein. Mein Stockwerk, das kann man ja laufen. Wenn wir schon den Fitnessraum schwänzen, das Licht geht wieder an. Wenn wir schon den Fitnessraum schwänzen, dann sollte man wenigstens die Treppen laufen. Der Treppen, ihr seht es selber, es ist tagsüber, es ist hier nicht viel los. Das liegt nicht daran, dass es so tennig gut besucht ist, weil es liegt einfach daran, es ist in einer gewissen Kompaktheit zwar da, aber trotzdem großzügig. Ja, hier ist der Friseursalon. Auch da haben Bekannte die Angebote genutzt, die haben wir angenommen. Weiter geht es am Optiker vorbei. Zwei Bags, Schoes, die üblichen Lederwaren, die man natürlich an vielen Orten Fach vorfindet. Es gibt einen Überblick, eine Restaurant-Info. Hier wird jetzt gerade, wir wollen nicht reingehen, ich habe es ja auch im anderen Video schon gesagt, der türkische Abend vorbereitet. Der erwartet uns heute Abend. Da lasse ich mich mal überraschen, was jetzt präsentiert wird. Da vorne sehe ich gerade schon, der Drehspieß wird langsam warm. Also auch das, was man, zumindest unser Bundespräsident, die Türkei, mitnimmt, wenn man deutsches und türkisches Zusammenfell will. Ja, Team of the Day, da steht es auch Turkish Night. Lassen wir uns mal überraschen, was dort geboten wird. Am Entertainment-Info-Board steht angeschlagen, was an den Tagen über wo stattfindet. Es gibt immer viele Angebote. Also morgens, ob das dann irgendwie Darts ist, wirkens, Beachvolleyball am Strand ist, Aqua-Gymnastik, Club-Tanz, der mittags gemacht wird, mit ganz vielen verschiedenen Sachen bis in die Nachmittagsstunden hinein. Wer sich langweilen will, hat natürlich auch die Gelegenheit dazu. Das Entertainment-Team stellt sich hier vor. Die meisten werden wir auch gleich mal draußen sehen, wenn wir durchgehen. Weiter geht es am Photoshop. Da kann man sich fotografieren lassen. Die Fotos, die gezeigt werden, sehen wirklich gut aus. So den Preisen kann ich mir leider nicht sagen. Ist für uns nicht so interessant. Ich habe Bedarfsversalber und Fotoapparat dabei. Hier gibt es dann noch den kleinen Shop, was gerade für die Kiddies ganz interessant sein könnte. oder auch in bestimmte Süßigkeiten gebraucht werden. Ja, wir kommen raus. Hier ist jetzt die Musik ein bisschen im Hintergrund. Ich hoffe mal, sie stört nicht zu sehr. Aber ich habe es externe Nicole dabei. Hier sind wir beim Überlauptool von den Swimmbzimmern nochmal. Da schwimmt jetzt gerade keiner. Im Hintergrund, weil ich auf der Terrasse sitzen, ein paar Gäste. Ja, und hier vorne wird jetzt gerade schon für heute Abend alles eingedeckt. Die Tischdecken sind rot. Folgendes Tage beim mexikanischen Abend war alles dann mit grün, weiß und rot dariert. Es gibt dann halt die verschiedenen, die Sanks, die gewählt werden für verschiedene Veranstaltungen. Ja, wir gehen jetzt mal hoch im Bereich der oberen Karasse. Hier ist eigentlich alles schon, obwohl es noch ganz frisch ist, schon ganz nett eingewachsen. Die Wässerungsanlagen laufen täglich. Abends im Dunkeln, wie ich vielleicht auch Fotos schon gesehen habe, oder bei früheren Videos ist es hier auch alles ganz nett mit Lichtern illuminiert. Also ein Ambiente, das sich ganz schick eigentlich macht. Ja, hier gucken wir nochmal durch auf die Swimmbzimmer an der Seite, wo auch nachmittags noch die Sonne scheint. Ist vielleicht die schönere Lösung für all diejenigen, die unbedingt ein Swimmbzimmer haben wollen, aber sagen, ach, wenn nur vormittags die Sonne drauf scheint, ist es ja nicht für mich nicht das Richtige. Ja, weiter geht es. Hier ist Patisserie Teil 2. Hier besteht die Möglichkeit, sich nicht nur Waffeln machen zu lassen. Es gibt kleine Snacks, sondern es gibt auch die Möglichkeit, ein leckeres Eis zu essen. Es wird freundlich gewunken. Eine Empfehlung ist die Waffel mit Vanilleeis, dazu ein bisschen leckere Schokosauce, Puderzucker, ein paar Raspeln drauf. Also man kann hier leckere Sachen machen. Weiter kann man hier schauen, die Pizzeria. Hier werden die Pizzerien jeweils für euch frisch gebacken. Und da werden auch wieder freundlich begrüßt, natürlich, so wie es sein muss. Noch eine Nummer weiter, das Chicken House. Der Drehspieß ist mittlerweile leer. Der ist heute offensichtlich sehr gut angenommen worden. Es gibt verschiedene Leckereien. Mit Hälchenbasis, da findet auch jeder was. Und Fastfood schließlich ist das letzte. Da seht ihr im hinteren Bereich noch, da sind ein paar Burger vorbereitet worden. Die Pommes werden bei Bedarf zubereitet. Und die Karte, ja, ich blende sie mal einmal ein, zeigt das Angebot, da saß eine Fliege drauf. Also da sind Kleinigkeiten, 22 Gerichte vom Salat, Silberpasta bis zu Pizza und Burger. Da findet jeder eigentlich was. Und wer was ganz Leckeres haben will, der findet natürlich auch, ja, aber findet hier draußen natürlich auch noch was frisch gebackenes. In verschiedenen Variationen. Da wird gerade eingepackt, das ist schön. Danke, ne? Ja, wir sind also soweit. Hier kann man direkt was essen. Hier habt ihr nochmal einen Überblick von den Swim-Abzimmern. Ich finde hier eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Man kann da sich reinsetzen, hat ein bisschen die Sonne. Aber wenn man ins Wasser reingeht will, hat man es halt eingepoolt, direkt davor, vorm Balkon quasi. Eine nette Geschichte. Ja, wir gehen weiter. Und zwar jenseits des Snackstops geht es die Treppenhaus zum oberen Poolbereich. Und zwar jenseits des Snackstops geht es die Treppenhaus zum oberen Poolbereich. Und zwar jenseits des Snackstops geht es die Treppenhaus zum oberen Poolbereich. Und zwar jenseits des Snackstops geht es die Treppenhaus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.